Mach da gut und gerne ein Drittel des ganzen AP-Balks mit der Ulti. RIP heißt es dann. Jo. Ich bin eine Hyäne! Ja! Okay. Was sagt der Arzt dazu? So. Auf zu Fiora! Nein, du hast dich weglaufen, komm her! Du musst stehen bleiben! Bleib stehen! Oh, die haben die Double-Hook-Wortlane. Bleibst du stehen! Das Gute ist, dass ich den ES-Counter habe gegen Witzkrank. Keiner hat mich lieb! Also habe ich, schätze, nur einen Nautilus in der Mitte. What the fuck? Nautilus in der Mitte? Nautilus oder Nautilus? Dann lebt mich jemand den... Esken, den Mega-Ultimate. Ja, such aus! Such aus, Six! Du hast gerade die... Auswahl! Dann eben zu Ezreal. Er fragt Six! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Trash? Du willst Trash mit haben? Geh... Geh, nein! Aha! Errolat... Wir haben drei Hooker und Team element. Ja... Die Hook-serie,... Ja, weil natürlich einen Trash bis zum Trash-R duas besser Grund connector zu Act haben. Ja, das Ding ist.... Ich bin ja, ich zähle ja quasi als fünf Hooker, so sick sind die. Ich kann schon abhauen, Mike. Oh Gott. Oh, ist doch dann auch los. Was ist das für eine Passive? Ich what? Wir haben den Blue gemacht. Oh, Fail. Ja, scheint so, weil der Darius von da aus kam. Ey, ich mache ja voll wenig Damage. 48 AD, ja, okay, dann lasse ich es lieber. Bis ich ein bisschen höheres Level habe, dann ist das besser. Ja. Ich kann kaum farmen, weil der immer seinen komischen Dreher macht und die Passive so viel zieht, ey. Das Wort ist da hinten. Ich weiß nicht, ich hätte meinen Wertz-Totel ist in den Fakkel. Der kommt gleich wieder. Wenn du die Golems gemacht hast, komm mal bitte nochmal. Hä, was ist mit der Wattling? Der Nummer war da. Keine Ahnung, einfach ganz normal mit der Spiele, nicht baiten oder so. Oh, zwei bitte. Der bringt sich noch nichts. Aber danke. Also der Hook war ja wohl göttlich. Der Hook, äh. Alter. Der Hook. Da hab ich auch mein Passiv. Ich kann hier auch besser last hitten. Wo ist das was? Ja, deren Thresh ist übrigens weg. Ich hab hier den Jungler der ganze Zeit der Haupt- oder Gegner-Jungler auf. Das ist für die Tower-Range, Alter. Fuck you. Danke für den Ward. Danke für den Ward. Nicht geworden. Äh, einer fehlt bei denen. Der war so schlecht. Das sollten wir nutzen. Ah, da ist er. Fuck ey, ich kann kaum last hitten. Das ist traurig. Ah. Ah. Scheiße. Ja, okay. Ich hätte jetzt aber nicht erwartet, dass der Amomo da oben die ganze Zeit hockt. Das geht's nicht, oder? Der Amomo hat fünf Minuten hat er jetzt nur hier oben im Busch gehabt, Leute. Um auf mich zu warten. Hat sich hier gelohnt. Na ja. Minimal. Mhm. Voll gay. Ich hab kein Mana, du brauchst nicht auf mich. Bring nix. Awww. Ey, meine Fresse. Ich darf nix. Oh. Ich merk grad, ich hab gar kein Trinket. Awww. Man darf sich keine Lastets. Weil die die ganze Zeit Fail gibt. Guck mal, die sind ja nicht mal so schlimm. Sind ja nicht mal so stark. Ja, ich sehe die nicht. Oh Gott. Okay, jetzt. Ich versuch mal den Großen. Pam. Ich kann hier oben nicht farmen, das ist voll schön mit Darius. Ich hätte wieder da gewartet. Oh mein Gott. Oh lol. Alter, alter. Ey. Geh weg. Na, du bist tot. Äh. Ja, ich dachte, du kommst wenigstens mit. Nicht in den Tower rein. Nicht in den Tower rein. Na, ich hab dann den Tower getankt, du hättest einfach so mitkommen können. Warte mal, der Nautilus war der die ganze Zeit auf der Mitte oder was? Hm. Ja. Ja. Ja, ich bin gerade heute zu etwas gegangen. Ja, ich hab jetzt nicht wirklich beachtet, dass du missgesagt hast. Na, hab ich auch nicht. War mein Fehler. Achso. Oh mein. Mike, die Minions killen dich. glaub ich... ob es geht jetzt schon? No, ich hab mal gegönt. Och, nee! So würde ich sagen, Navigation es war. Och, store ist bloß nicht. Unidos oder was? Alles eine Sitzung war mir destin. Darius ist Mist, Leute. Oh shit, die gehen jetzt in meinen Red Buff. Ich hab deren Blitz schon zur Hälfte runtergehauen. Ich komm da hin, ich komm da hin. Ich komm auch da hin, ich hab meine Ulti. OI! Der Nigger, das Stoil. Das steht 3-6, was ist denn hier los? 2-1-Trash, 3-1-Onomo, oh mein Gott. Da hätt ich nicht die Gneiten brauchen, hättest du mal was gesagt, dass du den Kill nehmen willst. Oh, Trash, dann 2-Kill, ich mach einfach. Oh! Das kam unerwartet. Ich hab Ulti-Ready, wir können Garios nutzen. Ich hoffe doch, aber ich hab keine Ulti mehr, ne? Immer noch kein Trinket. Fuck. Ich greife den Elf ein bisschen ein. Ich komm mal runter. Ja, kein Ding. Ja, okay. Das weiße Verkack-Kack-Uli. Oh Gott. Mach! Nein, hier wegen Dick. Oh! Kevin, überlebt das! Die holen mich an. Die holen mich an. Und dann kommen sie. Na gut. Die holen mich an. Ich hab' den nicht. Ich hab' den nicht mehr geblieben. 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 Und ich hab' den nicht mehr geblieben. Ich hab' den nicht mehr geblieben. Also, sobald er wieder wegkommt von der Pum-Pum-Ding kommt, ist er außer, oh nein. Yo. Ich hab Ulti! Ich komme! Oh! Shit! Wow. Wuppwupp! Jetzt glauben wir nicht alle Minions hier. Nee. Ich hab noch das Item, aber egal. Ammonotodos, Ammonotodos, ammonotodos. Ammonotodos, ammonotodos. Leid auf der Bottom lane, ich mach' den Dragon. Ammonotodos, ammonotodos, ammonotodos. Ich mach' den Dragon. So... Ich krieg' den Darius gar nicht down. Muss er auch nicht. Der hat einfach gerade mein Top-Tirret gemacht und wollte ihn von ihm geholt. Nicht cool. Ok. Countert Darius Fiora ein bisschen, oder? Nein, kein bisschen. Ok. Hat Numa noch nicht mal gegen Darius gespielt, deswegen keine Ahnung von ihm. Die haben alles gewastet, aber ihr habt kein Mana mehr. Oh! Kevin! Nice! Wenigstens habe ich den Drake noch bekommen. Wenigstens kriegt Mike noch hier den... ...den Herrn... Dingens. Ich komm Toplane. Nein. An enemy has been slain. Den haste, der Leipzendler, dein Dot ist nicht so stark genug. Ja. Außerdem geht der Darius auf AD, nicht auf Tank. Echt? Ja. Wärst du auf Tank gegangen, hättest du keine Chance gegeben. Ja, auch Nautilus kriegt er mich tot, man... ...dann darfst du nicht. Bist du nicht. Du schaust dir sie auch das mal. Ah ja, der Fae ist wiffen. Er schält dich auch nicht mehr rat, wenn du den Tower hittest. Ja, eben. Oh, LOL! LOL! Was die da raushauen! Warte. Komm runter! Wenn sie dich diven wollen... Ah, ne, ne, die haben... Die sehen mich. ...Dragon gewartet. Aber egal. Ja, ich bin wieder tot. Ich weiß nicht. Mütter wird permanent von allem gegankt. Ich pille mir die ganze Talane rum. Ich hab Mist geplinkt. Oh, pass mal auf mit deinen Nass jetzt. Mein Gott. GG. Ey, ey, ich kann nicht auftrücken. Ich kann echt nicht auf dein Park in Digitze auftrücken. Oh Gott, ich bin auch tot. Wann bist du denn reingegangen? Hast du irgendwie... Wollt ihr weg unten ganken? Nö. Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Das war echt scheiße. War immerhin. So, ich muss zurück auf die Top. Nice! Oh, der Blitz auch! Ja! Oh, schade. Rot! Oh Gott! Ja, der macht gleich seine Ulti. Geht drauf, ich komme. Ey, ich hab keine Mana mehr, um irgendwas zu machen. Aber ich sollte... wir sollten mal zu Rap-Up gehen, Fähl, dass er da... Jo, deswegen. Oh, Darius fackt mich voll ab, ey. Danke dir. Jetzt geht der Tanki, by the way. Leider kein Ulti, ansonsten irgendwas. Ich hole mal lieber meinen Rap-Up. Du hast die dir grad gewollt, oder? Ja. Nee. Ich hab nur 70 Lassitz da. Ich muss mich noch anhalten. Ich bin unten. Alter, der Nautilus macht dich ja vollständig da unten, ey. Ja, der ist halt einfach... Keine Ahnung. Komm, ich komme mit meiner Ulti zu Nautilus. Wenn du was ready hast... Ich hab mal einen Ulti... Ah nee, er ist gewordet. Scheiße. Er geht halt auch auf Emras, weißt du. Ich komme schon nicht durch. Ach, der. Das Ding haben nur... Egal, der. Darius ist immer noch niss. Ich komme, ich hab Ulti! Ach, oh. Achtou. Ja, ist ein Autilos. Schnappen wir uns hin! Egal! Schnappt sie euch! Ich geh Mittebutten so lang. Oh! Fucking support! Kommt! Das ist dann noch aufpassen und gucken ob ich Mana habe oder nicht. Los! Yes! Top ist Mist Leute, passt auf. Ich lauf weiter. Ich lauf nicht weiter, ich port mich back. Da kommt Darius in der Mitte. Ja, Dev! Dev! Wollte Top defen, aber kein Ding. Ja, Top ist ja keiner, die Minions werden das schon nicht so schnell. Ich kenn schon wieder Top, mach die Minions down. Und tot. Oh! Kann er auch nicht. Wird einfach so ein Tor machen sollen. Der Support hat nicht hier gemacht. Nicht der AD Carry. Darius ist auf dem Weg nach unten am Ende. Dauer hat man trotzdem bekommen. Darius miss. So, die, die schnappen wir uns jetzt wohl. Ich bin erstmal B. Ach nee, oh Gott. Ich muss ja den jetzt machen, weil ich sonst nicht genug Geld hatte. Ich muss ja den jetzt machen, weil ich sonst nicht genug Geld hatte. Dauer hat sich nicht mehr Geld funktioniert. So muss ich jetzt das alles verpacken können. Der Hund ist tot. sich das wieder tut ich helfe dir ein bisschen länger gestanden hätte ich gar nicht gefehlt kommt auf lane an der ult habe ich auch in 30 Sekunden oh god wie viel schaden der macht oh jetzt hat er dich gesehen schade hast du ulti ready? nein leider nicht lass ihn laufen pass in die Mitte auf, Darius kommt von hinten BITCH WER HUGT DIR WIND oh oh, oh oh steil mir dir nein nein Darius, deswegen bin ich dran gegangen ich muss kurz weg Leute, ich kann grad nicht in die Mitte ein Hook und wir sind Apfelmus jo boah pfff ha 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 krass ey ich hab meinen ulti ready wenn ihr einen gestand haben wollt muss ich jetzt sagen genau welchen am besten Darius der geht mir auf den Sack he ooooooh also ich könnte dive und ulti machen, aber weiß nicht ob das was bringt der schwein dann der schwein dann holen wir durch den Leitzeit der Gegner drauf ich halte ihn fest, wo man muss die Uhr gehen drauf ja dann ich weiß nicht wie schaut aus Leute du musst einen guten Gegner finden ne oh god oh god oh noooi ba boom all planned, all planned also das jo unsere Strategie ist aufgegangen ba boom baby oh oh äh ich brauche Hilfe ich kann gleich in der Mitte äh äh Darius 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 kommt nach oben ich bin weg ich komm auch nach oben ich hab meine ulti wieder in 20 Sekunden nein ich hab die erst in einer Minute so egal zwei Minuten sogar vertraust dem alten Warwick nicht ne ich möchte grad kein Risiko eingehen aber gut so vertraue niemals einem Wolf vertraue niemals dem Scheiß Jungler oooh außerdem bist du eine Hyäne genau aber ich bin eine Hyäne das ist auch schlimmer so hinterhältigeste Scheiße hör mal jetzt können wir den gleich raten 40 Sekunden hab ich aber ich hab auch Signal von daher hinterher ich kann ihn noch hinterher cool dankeschön äh 3 gegen 3 eigentlich hier ich komm von der Seite ach so ja ok dann wir kommen auch dann warten auf den Top gepusht hier fahrt mir auf Backup ich weiß nicht ob's hier gewaldet ist bei meiner Ahnung ich kann's ja mal eben checken ja scheiße ich hab geulti'd wenn er mit der Grafkette also wir haben wesentlich mehr AOE Damage als die oh nein nicht der schon wieder oh nein oooh da hab ich ihn mit dem Hub getötet ich hab ihn mit dem Hub getötet nein Leute Hilfe 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 fuck go Ezreal hit the fuck out of him jetzt you can do it Ezreal go Ezreal er hat kein Ulti mehr und er hat kein Mana mehr aber ihr habt überlebt das ist bei meinem besser gar nichts alles Ezreal ist schuld OH LOL FLASH LOL OH GOTT fick dich doch ey das macht er schon die ganze Zeit YES ah super shut down ey das mit dem Flash das kam sehr unerwartet was macht er schon die ganze Zeit wir hätten jetzt einfach den Tower dann weiter nehmen sollen kamen ger admin sch die 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 Ja, das Ding ist, sie sind nur noch tanky. Damage kommt dann nicht so viel. Ist auch Darius. Ja, außer der... Aber einer ist... Warum wurde ich gehobt? Ich darf hoch. Oh, du bist tot. Ja, egal. Geht weg. Ja, wir haben aber da und sind schon... Da haben wir schon andere Autos keine Ultime mehr. Wir können reingehen, Darius ist ein... Das war komisch, weil... Ja, es ist schon viel gegen wir, viel gegen wir. Nein, 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 Leute. Ja, da sind sie tot. Darius kommt auch noch, also rennt weg. Alle tot, außer Darius. Was ist das? Wir haben... Ja, wir haben... Wir haben 4-0 getraded. Wo ist das Problem? Tower, Tower hat nur noch zwei Hits. Drei Hits. Warwick tankt mal den Turret. Die Teamfighter ist Warwick der Beste, weil er einfach alle downnimmt. Nom 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 nom. That's the Warwick way. Oh my god. Oh my god. Das waren die Mechanics hier. Die kann ich dir mit meinen 4 Stacks hier geben. Und der Red ist auch ab. Na? Ach, du willst kämpfen? Sag das doch. Komm. Okay. Au. Oh. Wir hätten da fighten sollen. Scheiße. Sag ich doch. Deswegen geh ich doch rein. Ist der Darius bei euch? Oh lord. MAD LIFE! Im Teamfighter sind wir stärker wie sie ihn. Weil sie mich fokussen. Los, geh halt da. Mumu hast du. Oh no. What the fuck? Scheiße, Hurensohn. Ich frage mich, warum der Darius hier mitsp... Achso, Todes... Todesfeu... Die Denshi hat er geholt gegen dich. Ja. Der denkt, ich springe nach meiner Ulti zuerst an, aber ich mache sowieso immer den Q und da ich den Q zweimal machen kann, macht das keinen Sinn. Ja, weil du ein ADCaster sitzt. Ja. Ja. Da will der fucking Ezreal meint der Gaylord meinen Buff haben. Ich glaube, die kommt von da gleich, wenn er nicht gewandert ist. Hab ich dir erlaubt, mir meinen Buff zu klauen? Mama Dragon. Machen die den, oder? Nö. Nein, du hast nicht auf... Awww. Da kam der Hook. Hab ich mir schon gedacht, ey. Ey, die wollen die Ward clearen. Komm, 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 komm. Ey, der Naut. Die anderen kommen von hinten. Die anderen kommen von hinten. Die anderen kommen von hinten. Wenn der Flash ist, auch gut. So. Jetzt ist sein restliches Team hier. So. Okay. So. So. Oder so. Hier ist noch einer. Ja, passt doch. Heiß auf drauf. Sei nicht greedy. Einfach bitte pushen. Nein. Ja. Doch, wir müssen jetzt pushen kann. Oha, das ist ein AD. Dann mach ich das. Ja. No! Oha. Uff. Dabei ist er ein Vollidiot. Ha 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 ha. Oh. Ah! Na, du findest aus, ne? Haha. Ja, kommt schon einer. Haben die Homeguards? Nö. Der Vogt. Kassiert ja voll. Oh, sch. Und meinetwegen? Nee, nee, nee. Nee, da kommt gleich noch so ein Darius und sowas. Und dann sind wir gezwickt. Ich geh bot pushen. Was ist denn das für ein Cooldown? 60 Sekunden. Dann kann ich es ja einfach mal zur Deko einsetzen. Oh, die Hyäne. Ach, kämpf doch nicht da oben. Was ist was? Ich wurde angegriffen. Achso, okay. Die machen den. Wenn wir die jetzt nicht aufhalten. Die diven. Ui, ui, aufpassen. Ich will nicht da oben, Digi. Die sind zuge-dreckig. Da wirst du. Warte. Ich mach den Abomob. Oder auch nichts. Na. Ich bin jetzt den zweiten Gott wieder da. Na. 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 Ha, 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 ha. Perfekt. Na, ha, 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 ha. Oh, noobs. Jetzt kommt mein Awu gleich. Da sind sie alle. Ah, ha, ha, ha. I can see you. Na. Na. Ne, ich geh auf die Bad Lane. Oder auch nicht. Ich hol mir erst mal meinen Guardian. No one can hide from me. Ahu. So Leute, packen wir's, oder wie sieht's aus? Ja, wir sollten abhauen. Ahu. Taktischer Rückzug. Weiß auf die Schwuchtel. Lauf. Oh nein, der schnellert sich. Ah. Heute sch- Ah. Ah. Fickt euch doch, ey. 20 Sekunden Ulti. Ah, ich hab's überlebt. Ah, ha, ha. Spasti. Oh Gott. Ey, ey, konsentiert euch mit denen. Der macht euch beiden Quattes. Komma, ich hab Ulti. Geht auf Darius drauf. Ah, super. Loll, warte für ne Range, man. Bitch. Ja. Ich geh auf Amumu. Was dem seine Ulti für ne Range raushaut, das ist unglaublich. Was? Ja, ich bin euer Support. Lass dich hoch und kein Ding. So besser. Auch noch einen? Ah, egal. Inhibitor. Oh, nö. Oh, nö. Ich halte sie auf. Geht drauf, geht drauf, geht drauf. Gleich. Pum. Schade. Äh, nee, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, nö. Oh, nö. Das war's für heute. Vielleicht sollten wir den Wurm mal hier in Angriff nehmen Oh Gott, ich hab keine Slots mehr für Wards Au, au, au Die haben mir gar keinen Schaden gemacht Weil du Pro bist Jo, dann, äh Hey, Mr. Wolf Mr. Wolf, kommen sie hoch Au, 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 au Sag mal, warum kommt die Ratze die ganze Zeit auf Milchstall? Au, au, au Bam Au, au, au Noch ein Toter Call me this part, huh? Au, 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 au Lautilors, au, au Ich fokussiere ihn Drei, zwei, eins Waaaaa What? How the fuck did we do that? Wohohoho Oh, das Das war ein krasser Flash Hook Okay, das war's Auhh Auck Auck